14. Dezember 2018 Der Weltrangliste ein Freilos für das erste Match zum direkten Duell zwischen Hopp und Noppert kommt es nun am Samstag ca. 16.30 Uhr. Martin Schindler war am Donnerstagabend als erster Deutscher bereits ausgeschieden. Punkt. Größer als größer als der Leiftiker zum Sieg von Noppert zum Nachlesen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017